und herzlich willkommen zur vorproduktion für unsere weihnachtszeit. wieviel folgen wenn ihr das seht heute? nein die ist für morgen. ja die ist für heute, die folge. boah du Klauschwein. ich? nee. ich habe offscreen. können wir mal kurz schlafen gehen? ja moment. wieso hast du den genutzt? nein. ich brauche licht. ich brauche nur licht. das alles. der rest ist mir gleich ächtiger. ich habe mir ein bisschen vorgearbeitet. wir hatten ja in den streams das spiel gespielt. zwischendurch mal. wir haben ja zwei dreamwelten von diesem modpack. 51 tage geht. rechnet mal das mal 20. dann kann man sich ungefähr vorstellen wieviel tage wir das gespielt haben. oder so. nein. 52 tage stimmt ja schon gar nicht mehr, weil wir sehr lange die zeit angehalten haben. stimmt. ich habe hier freigebuddelt wie bekloppt. dafür müsste ich die mod rausschmeißen um die loszuwerden. das ist das problem. welche mod rausschmeißen? alle deine packen weg. ich habe hier halt gesagt, ich habe hier freigeräumt. die trüben habe ich auch freigeräumt. bis zum ketten. hier kommt später morgen rundherum. sozusagen wie so ein schlossgelände etwa. so und ja. das habe ich alles gemacht. der berg hier. das habe ich einfach mal so eine lange weile weggefetzt. weil der harvester nicht platz hatte. komisch. das dorf habe ich so gut wie nieder. da kommen immer nur drei und vier. naja okay. jetzt sind wir bei so einem. egal. eine zeit lang kam ja gar nicht. ach hier, gucke, hier ist das dungeon. guckst du. hier ist das dungeon. und hier waren die raketen drin. hm. ähm. verrat mir mal, wo ich stehen geblieben bin. du bist stehengebeben die bibliothek zu bauen deine bücherregale wählen also schon abgeerntet oder nur aufgebaut nur aufgebaut okay und ich werde so sind die andauernde loot bags ja das habe ich auch schon das öfteren mitgekriegt auch bei unserem stadt haus hier ist da ich kann mir so weise so halb fliegen das unboxing machen wir mal später wie so viel gesammelt ich werde mich jetzt mit einer mod beschäftigen wie ich sie kann noch mal in sie und um in sie haben gebrauch her wenn denn er hat mal rollt das war der erste mann wieder rechts heißt da von dem alten wohnhaus was ich abgebaut habe Ich kann dir meine Chefsbilder leiden, wenn du willst. Ich hätte gerne ein bisschen Speed. Sorry, mein Dealer ist pleite. Das war jetzt ein Spaß so am Rande. Drogen gibt es hier nicht. Außer wir haben ein Modpack mit Drogen. Dann gibt es natürlich auch Drogen. Sowas gibt ja auch noch bei uns. So, den Modpack haben wir auch noch. So, was brauche ich denn dafür? Dafür brauche ich das Auto-Crafting Station. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Scheiße baue. Ich habe mit dieser Mod überhaupt keinen Schwimmer. Ich brauche erst mal dieses blöde Buch, glaube ich. Ja. Ähm, das ist dieses... Rezi Resch's Buch, oder wie das heißt, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt. Hm, ich glaube, das ist das. Da brauche ich zwei Leder, drei Papier und zwei... Die immer sind. Stimmt. Leder habe ich ja genug gesammelt. Chokokina, Soja, bestimmt ein bisschen was für mich. Und zufälligerweise habe ich gerade schon noch Zeit. Dann drücken wir mal drei ab. Biss mal. Mal gucken, woher hochkommen. Ich habe gesagt. So, auf was? Dann kriegst du mal ein Essen. Der hat nämlich Jetpack. Hauber Blut. Lassen wir ihn doch mal ab und an den Map guckst. Gucke ich doch. Du bist ganz in meiner Nähe. Ach, da. Wie viel? Nein. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, wie wir den Magneten ausmachen können. Ja, das ist scheiße. Ja, ich habe Brotanien noch mit allem. Dann haben wir da noch einen anderen Magneten. Gut. So. Die habe ich ja genug gesammelt. Ich habe 64, wenn du brauchst. Ja, ich habe doch hier Leder. Ich hatte es noch gar nicht im Inventar. Das war mein Problem. So. Ah. Ich kann in das Buch reingucken. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Dann mache ich jetzt als nächstes diese Tische. Ich mache jetzt alle Tische. Sie wäre vielleicht nicht schlecht. Mein Computer dreht immer bei dem mit Pick-off. Kann man nicht viel machen, boah. Kannst du nicht machen, ganz so gut zu. Klingt auch nicht ganz sauer. Ah, du BMO das scheiß Ding. So, da brauche ich ein Crafting on her Chest. Crafting Stations, die haben wir doch mal da oben rumliegen, ne? Haben da so viele drin. Warte, ich gucke, ich habe hier zwei. Warte mal, oder? Cool. Brauche ich ja auch öfter. Wir müssen aber auch ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich muss noch ein bisschen was einpacken, ne? Ach, Gott, ne. Ich brauche dafür das andere Table. Das Rechauds-Dienstbums-Table. Das Rechauds-Dienstbums-Table. Das Rechauds-Dienstbums-Table. Das Rechauds-Dienstbums-Table. Das Rechauds-Dienstbums-Table. Dann kannst du das Buch da rein tun. Das ist ja schon mal nett. So. Muss aber mal gucken, wie ich da hinkomme, was ich brauche. Ich habe echt keine Ahnung von dieser Mod. Das ist das Problem. Aha. Also. Ich kann ja, glaube ich. So darf ich den hier reintun. Nein, auch nicht. Scheiße. Ich habe keinen Dunst. Das ist das Problem. Dafür brauche ich dieses Rechauds-Table. Auto-Crafting. Lauter. So. Das einzige Problem, weil es schafft, es geht mächtig, weil ich das Crafting-Table. Das da? Hm. Also das, was ich gerade mache. Oh, ich habe so viel Craftings. Mach doch nicht. Wer mir wollte. Ich kann es ja mehr genug machen. um, um. 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 Recipes. Oh, ich kriege ja nicht so viel. Autocrafting Station. Was ist, auf was ich hier suche? Das Autocrafting Station. Ja, genau. Die Autocrafting Station. Genau die will ich. Und wie aktiviere ich das jetzt? Wie lerne ich das? Was ist das? Das ist schon gerade nicht... Du brauchst dein Buch. Das Buch muss erstmal irgendwo drin liegen. Ja. Ja. Ne. Erstmal, das muss da rein, wo du das Zeug erlernst. Ja. Das Buch speichert das. Ja, ich frage erstmal wo. Ja, das weiß ich nicht. Research Station. Müsste das sein. Bitte. Aha. Da fehlt mir Gold und sie wieder in der Hochschaste. Ich war wirklich Gold. Bis zum... Zang... Oh, Wow, es ist bei mir da gut die falsche gekleert das ist cool wenn ich das so jetzt aber so So, ah jetzt er. Crafting, nein. Fangen wir mal mit den ersten an. Leatherchip, was ist denn das? Ah, keine Ahnung, was es ist. Ich lerne das für eine Runde. Das kann noch eine Weile dauern. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein größter hier in diesem Modpack, oder? Keine Vorproduktion. Hast du gerade vor? Können wir auch machen, je nachdem wie du möchtest. Also mir ist es eigentlich egal. Ja, dir ist ja sowieso alles egal. Ja, das ist... Warte, das ist eine Lüge. Äh, nein, dir ist das gerade alles egal, wie wir das machen. Hauptsache, es ist durch und es geht hoch und fertig. Weißt du? Wie mache ich denn das? Das ist wieder was anderes. Eine andere Mod. Das ist auch wieder eine andere Mod. Ja, das ist ja eben das Problem. Ja, das ist ja eben das Problem. Wir haben so viele Mods drauf, die anscheinend damit funktionieren. Äh, guck mal. Animal hide. Animal hide. Wie macht man den Scheiß? Ich glaube, sowas müssten wir sogar haben. Ne, das war ein anderes Modpack. Ich... Ja, aber ich habe es schon was für's gut. Ne, nicht das gute Leder am besten. Das wird alles mit diesem Leder gemacht. Das ist ein Witz. Ne, es geht auch anderes. Nein, das wird auch wieder aus diesem Leder gemacht. Und weißt du, was das Geile ist an den Ledergeschichten? Guck mal. Ja. Wir spawnen die ganze Zeit neue Flüge. Ja, aber ich meine jetzt mal, Hasenleder geht zum Beispiel auch. Ja, siehst du das ja. Und schon hatte ich doch 100.000 Leder am besten gedacht. Und die spawnen immer wieder nach und ich habe keine Ahnung warum. Das ist so richtig... Fragwürdig. So bauen mir überall mal Lootbags rum, die ich das genauso fragwürdig. Und vielleicht ähm... Spawnt was äh... In dem Koppel und verreckt halt. Kann auch sein. Wie die Kühe dann sind es eben... Hasen... Oder... Es gibt noch was so kleines... Hühner... Schafe... Äh, ne, nicht Schafe hier. Ach, du wirst verschmähen. Sieh ich noch kurz. Ne, das mache ich jetzt nicht. Aber... Schweine. So, dann tun wir das mal hier rein und nehmen unsere Blinze wieder. Dann habe ich... Sechs davon... Sechs davon... Jetzt zeigt er mir strengths die Sau! Ja, dann ist es anscheinend egal was. Ja, aber das Problem ist... Der zeigt es mir nicht dauerhaft... Was ich brauche... Ah, ist egal... So, jetzt brauche ich Fackeln. So... Und dann wie mache ich das? Ah, ich mache es schon alleine. Wo hast denn du die Magic Bean her eigentlich? Magic Bean? Ja... Magic Magic Bean. Eine magische Bohne, die du hier angepflanzt hast. Blutbeck. Aha... Haben wir denn nur eine von? Ja... Aber die vermehren sich. Nö, bisher nicht. Und ich habe das schon zwei oder drei Mal abgefahren. So, warte... Jetzt muss ich das hier nochmal rein, oder? Ähm... Brick 2 Recipes. Leder-Chip habe ich. Jetzt kommt da jetzt nicht das Fishing dran. Weißt du? Immer noch dasselbe scheiß Rezept drin. Ich gehe hier in so viel. So, jetzt sag ich. Ich brauche... Oh, fick dich. Ähm... Ich brauche Fischer. Fünf Stück. Normale Fischer, bitte. Gekochte? Nein, Robert. Ich habe nur gekochte. Ja, ich gehe ja schon angeln. Brauchst du doch gar nicht. Du kannst doch so klatschen gehen. Die haben doch Fische drin im Spiel. Ich habe auch Spaß dran. Du kannst doch jedenfalls auch nochmal sammeln. Ich brauche die noch mehrfach. Ich habe gerade mal einen. Ich habe auch noch einen. Ich habe mich ein bisschen aufgenommen. Ich habe das Kasschen. Ich habe den Kasschen. Ich habe ihn als Kasschen. Ich habe ihn schon mal nach. Ich mache ihn nicht so. Ich habe ihn nicht so lege. Perf Ich hoffe, dass der Ton und alles so stimmt, bei mir ist nämlich der Kapitel nämlich zur Zeit der Meinung, ein Stückchen abzuspasten und ich habe keine Ahnung richtig warum. So, so. Hab ich schon schon. Kannst du deine Hilfe geben? Ja, habe ich aber die brauche ich später sowieso noch mal. Oh du Bärmutter. Ich brauche Papier bis zum Geldnobort. Ja, ich auch. Boah. Ist das jetzt nicht dein Ernst? Lass mal eisen, Rose-Sack. 13 Fische habe ich jetzt für dich. Schöne Sache. Äh. Wurde ich mit dem Tape hin. Oh, lass mal hier rein. Das Buch, ich habe keine Ahnung was das ist. Ja, toll. Hier mit hin. Alter, ich bin dauerhaft überfüllt. Alter, ich bin da galant. Geh mir die Karte. Wenn ich weiß, sind die Karte. Geh mir das, was das gar nicht. Das ist ein Gericht. Ich glaube, ich werde das jetzt schon mal. Ich weiß nicht. Ich werde mal ein bisschen umlegen, würde ich schon gar keinen suchen. Wir sind schon bei 21 Minuten und noch nichts geschafft. Was heißt denn davon? Ich gehe halt nicht so schnell. Ich muss bedenken, ich habe gerade mal 13 Oakshell von 23 oder so. Oh Gott. Jetzt kann ich mir hier reingucken. Warte, was geht? Ah, sieh? Guck mal. Bring mit! Das ist die Dungeon um die Ecke. Bring mit! Was ist denn da? Ruhlsamkeit hast du nicht zufällig? Nein, zufälligerweise nicht. Warte. Scheiße auf das Holz. Mit Kistos drin? Okay. Das war so ein bisschen bloßer. Wir können ja später nochmal reingehen. Da können wir dann mal klären. Ja! Ja! Hm! Ähm! Bringen wir die... Skelette hier. Für uns mit. Das ist das Ding, was ich habe. Was ist denn das für eine Karte? Trashornback. Da sind Stringsets. Du brauchst noch zu genüge. Ja, das ist ja. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Ja. Ich weiß, ich sterne hier durch ohne Monster. Das ist mir relativ witzig. Oder? Wer das zu irgendeinem Menge will, tut euch kein Zwang. Mir ist das egal. Ich habe hier, ach nee, Unstable. Nein, Unstable will ja keiner. Oder? Was? Ich hatte hier eine Rüstung mit der Verzerrung Unstable. Das war doch schon mal. Ja, das ist eher die Scheiße. Ja, das ist bestimmt. Ich wüsste, glaube ich, noch, wo ich noch mehr Bücher herkriege. Mhm. Dafür müsste ich in das Dungeon hinter unserem Haus. Weißt du? Mhm. Ich habe jetzt aktuell 24 Bücher für euch. Ich habe noch 13 Bücher Regale. Also 13 Bücher Regale brauche ich noch. Uffe's Techniker farasen. Sie quirken. Der ist dein Parece aus. Siehst du Tea? Ne proceeded trotzdem? Nein, wirklich? Nein. Mann, Naturally горよろしく. Herr Wimmer ist das hierzunig im Bizony. Alles, wenn du sagst! Das sieht aus, habe ich maps. Dann gehen wir mal schnell in das Dungeon, ich würde sagen, das sieht man in der nächsten Folge, was? Damit sagen wir, vielen Dank fürs Zuschauen, kommentare, likes und abos da, damit sind wir raus und ciao!